Moin, moin meine Freunde! Es ist mal wieder Battle-Set der Pokémetropole und daher haben wir uns wieder zum neuen Set, Drachenwandel, wieder einen Bistur besorgt. Ich habe diesmal Kobuin, ich habe zweimal Kobuin bekommen, wo ich ausgewählt hatte. Ich will beide... naja... Egal, mitmachen tun diesmal Abelord, Blue Aris, Queen, Playland. Neu dabei ist der Marcus Terry, der Twywald, Voxymoron, Boosterbox macht mit, einfach Fanta, Pokémänner noch, Pokerok und natürlich ich. Ihr seht es jetzt gerade eben. So, während ich jetzt hier aufmache, mal kurz die Punkte. Einen Punkt gibt es für Holo und Reverse Rare, zwei Punkte für eine V, drei Punkte für eine normale VMAX. Vier Punkte für jegliche Full Arts, auch Trainer. Keine Ahnung, da fallen die VMAX grad nicht einfach dabei. Ne, VMAX ja nicht. Danach kommen halt alternativen... Rainbows fehlen auf der Liste. Es fehlen Rainbows. Ich würde einfach mal sagen, die schieben wir einfach bei den fünf Punkten rein und dann gibt es sechs Punkte jegliche alternatives Artwork und Shiny Goldkarten. Und die restlichen Goldkarten nehme ich an. Und K.O. Punkt dieses Mal ist ein Nachtara VMAX alternativ. Ich habe hier eine Kubu-In-Karte. Die bekommt jetzt gleich einen hübschen Sleeve. Und dann haben wir hier unsere drei Booster. Wir haben Felinara, Nachtara und nochmal Nachtara. Bisschen Nachtara hastiger Blister. Egal. Wir öffnen mal den ersten Booster und schauen rein, was drin ist. Bisher hat mir dieses Set ja noch nichts gegönnt. Vielleicht jetzt zum Battle. Mal so einen richtigen Banger raushauen. Drachenwandel. Na, was denkt ihr davon? Wir haben eine Unlichtenergie. Ein Frigometrin. Teddy-User. Blutwurzel. Leufeo. Kindwurm. Akku geht nicht aus. Ähm. Seelen-Maske. Terry-Bike. Elementar-Orden. Gummi-Handschuhe als Reverse-Reverse-Karte. Und dahinter ein Dresseler. Das geht ja gut los. Nicht. Schauen wir, was der zweite Booster hergibt. Eine Psycho-Energie. Ein Barsch war, das hier geangelt werden will. Mit irgendwelchen Poké-Bällen. Coutinho. Coutinho. Flaknoil. Emolga. Lutwurzel. Planas. Duodino. Mac. Geronimatz als Reverse-Karte. Auch nützes Outwork. Und ein Zygarde-V ist unser erster Punkt hier. Ähm. Nicht V. Holo. It's a Holo. Till it's cool. Just cool. Into the mouth. Nice. Dann kommt noch einmal nach Talatrand zum Ende. Ich weiß gar nicht, was soll man denn nicht laden. Labern. Kommt auf die Poké-Metro-Folie zum hübschen Discord. Link ist unten in der Beschreibung. Alternativ könnt ihr hier auch QR-Code einfach mal einscannen, wie so bei den Code-Karten halt eben auch. Kommt drauf. Folgt uns auch auf Instagram. Und habt Spaß mit uns. Ist immer wieder eine Freude. So. Eine Undicht-Energie. Barschwar. Teddiosa. Capurnor. Lilminip. Lampi. Elementar-Orden. Tauschbecher. Kastelit. Planas als Reverse-Karte. Und Adropius. Der nächste Bundeskanzler heißt Armin Laschet. Klar. Ja. Dieses Set mag mich absolut nicht. Ich hab noch nichts Anständiges draus gezogen. Gar nichts. Und das Zygarde wünscht euch jetzt einfach einen schönen Tag. Schaut die anderen Videos an. Link zu einer Playlist ist unten in der Beschreibung. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.